Nach drei Jahren hat die Speelkoppel Hoyerswege in der Gemeinde Gandekesee wieder eine Freilichtinszenierung auf die Bühne gebracht. Mehrere hundert Zuschauer amüsierten sich bestens bei den drei Vorstellungen am Wochenende auf dem Hof Hegeler in Schlutter. Das plattdeutsche Lustspiel, das ist Chefsag, ist eine typische Verwechslungskomödie. In den Hauptrollen überzeugten Jan Kratzmann und Herwig Kunst. Am kommenden Freitag und Sonnabend finden weitere Aufführungen statt. Beginn ist jeweils um 19 Uhr. Untertitelung des ZDF für funk, 2017